Ulrike Frank zeigt gewagtes Dekolleté bei Fashion Week in Berlin GZSZ Star begeistert in Kleid von Marcel Ostertag Schauspielerin gewährte ohne BH tiefe Einblicke Berlin stand in dieser Woche im Zeichen der Mode Vom 1. bis zum 4. Juli fand in der Hauptstadt die Fashion Week statt Zahlreiche nationale und internationale Stars und Sternchen gaben sich in Berlin die Klinke in die Hand und zeigten sich am Rande der Fashion Shows im Blitzlichtgewitter Auch Ulrike Frank war in Berlin zugegen und zog mit ihrem verführerischen Look alle Blicke auf sich Ulrike Frank gewährt ohne BH tiefe Einblicke auf Instagram teilte die gute Zeiten schlechte Zeiten Schauspielerin am letzten Tag der Berliner Fashion Week ein paar Schnappschüsse mit ihren Fans Auf den Bildern ist der GZSZ Star auch mit seinem Mann Marc Schubring sowie Kollegin Gieser-Zach zu sehen Doch es sind nicht diese gemeinsamen Selfies, welche bei den Fans für blanke Begeisterung sorgen Vielmehr ist es Ulrike Franks atemberaubendes Kleid, welches sie auf einem der Fotos trägt GZSZ Star sorgt mit gewagtem Dekolleté für blanke Begeisterung Das schwarze Kleid von Designer Marcel Ostertag besticht durch ein gewagtes Dekolleté, welches der Fantasie der Fans keinerlei Spielraum lässt Der Ausschnitt reicht dem GZSZ Star beinahe bis zum Bauchnabel Einen BH trägt Ulrike Frank nicht, wodurch sie den Fans freien Blick auf ihre Oberweite gewährt Zusammengehalten wird der Ausschnitt durch funkelnde, goldene Kettchen Was für ein Anblick! So offenherzig hat sich Ulrike Frank seit ihrem Playboy-Shooting im Jahr 2014 nicht mehr gezeigt 202.633 auch die Fans sind hin und weg und überschütten die Schauspielerin auf Instagram mit Komplimenten Siehst immer klasse aus Sexy Kleid auf dem ersten Foto Wow! Da musste ich erstmal zweimal hinschauen Sexy superschöne Fotos, so strahlend wie immer liebe Ulrike Frank Waffenschein Outfit Wow! Was ein Kleid! Steht dir fantastisch! Du siehst atemberaubend aus! Folgen Sie news.de schon bei WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion von Euer Christian Untertitelung des ZDF, 2020